Uns fehlt der Genuss, die Geselligkeit und das Zusammenlachen. Darum packen wir jetzt gemeinsam an und geben etwas zurück. Zusammen mit Best of Swiss Gastro haben wir vom Familienunternehmen Kränger eine Spendenaktion lanciert und geben 2% von unserem Umsatz den Gastronomen. Helfet auch dir mit, weil wir sind die Schweiz. Willst auch dir spenden? Besucht unsere Internetseite.